Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt eine weitere Folge Killer bei Dead by Daylight und ich spiele mit einem Killer, den ich selbst als Survivor bis aufs Blut hasse. Es ist noch meine erste Runde mit ihm. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit ihm klarkomme. Mit Billy, das ist ja der andere Killer mit der Säge, mit dem komme ich absolut nicht zurecht. Also ich muss sagen, ich habe vorher geguckt, wie viele Spielstunden die Leute hier haben. Manchmal kann man das ja sehen. Und die schienen alle eigentlich nicht so viele Spielstunden gehabt zu haben, aber sie hat es direkt geschafft, mich zu blenden. Respekt. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Irgendwie muss ich ja angeben, wenn ich noch weiter sägen möchte. Also irgendwas muss ich da drücken. Hier ist jemand hinter mir. Wir spielen auf jeden Fall zusammen. Na los, zieh. Wir können uns doch gern hier am Arken jagen. Kein Problem. Ich hätte vielleicht Franklins mitnehmen sollen. Die mit der Taschenlampe ist schon... Ich habe gesagt, ist jetzt deine Taschenlampe alle? Oder... Oder wie? Hören Sie mal dahinter. Und dann gucke ich mit Barbecue, ob ich jemanden sehe. Ich weiß gar nicht, haben die Ruins noch da? Da hinten am Jen und da drüben rennt jemand. Ich nehme die mal weg. Ich bin selber runtergesprungen. Hier hinten ist noch wer. Sorry, wenn du mir so vor die Füße rennst. Dann machen wir mal eine entspannte Runde. Ja, Bubba ist gut. Ich habe doch hier was mit. Oh, da können die anderen nicht mehr aufheben. Oh Gott, Bubba ist echt eklig, muss ich sagen. Der war auf jeden Fall noch in der Nähe. Die sind auch gerade Spuren. Bubba ist wirklich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Ich hasse es, gegen Bubba zu spielen. Und irgendwie muss ich gerade sagen, macht es mir noch nicht so viel Spaß, als Bubba zu spielen. Der ist ein bisschen... Was war das? Habt ihr das gesehen? Die Animation fing an, dass ich sie vom Generator weggreife. Aber... Es hat dann nicht funktioniert. Okay. Ich mori sie jetzt nicht. Ich habe die andere relativ früh gemorriht. Einfach weil da alle auf dem Haufen waren. Also wenn... Wenn Bubba sich versägt, muss ich ganz ehrlich sagen, es dauert... ja eine Ewigkeit. Dass der fertig ist mit seiner Wut oder was der dann hat, weil er sich versägt hat. Könnte man viel Zeit sparen. Ich gehe von aus... Genau. Da bist du. Ich würde ihn auch gerne noch hängen. Einfach für Barbecue. Er rennt durch die Bäume. Er macht es... ganz geschickt. Ich muss sagen, ich muss gleich mal... hier... eine Probesägung machen. So möglich es klingt. Aber... Ich muss mal gucken, wie das geht, wie ich das mit dem Sägen verlängern kann. Ich muss da irgendeine Taste drücken. Soweit ich weiß. Ach so, Barbecue. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja, Ruine ist immer noch da. So, ich gucke mal kurz. Käptensäge verwenden? Ah, okay. Ich muss dann einfach nochmal M2 drücken. Dann wird dieser Kettensägensprint verlängert. Draußen ist jemand lang. Oder? Auf jeden Fall jemand hintergelaufen. Oh, Adam... Warum ist Adam unheilbar grad? Ist ja selber vom... Hacken gesprungen. So, sie hing erst einmal. Deswegen hänge ich sie mal nochmal auf. Da hinten. Aber geknallt hat es doch daneben. Eventuell ist dort jemand in den Schrank gesprungen. Guck mal kurz hier an die Schränke. Oder auch nicht. Okay. Okay, sie muss ich jetzt aber morien, weil sie hing zweimal. Also was heißt, ich muss? So, und der Adam war hier hinten. Ich gehe von aus... Ja, er ist mittlerweile weg. Also, Clödi muss ich morien? Adam kann ich eigentlich nochmal hängen. Es sei denn, er ist der Letzte, der noch lebt. Dann kann auch er gemoriet werden. Dann haben wir vielleicht vier Moris zu sehen. Dann haben wir hier die Palette kaputt. Ach, so, stimmt. Bei Barbecue kann ich nur drei haben. Hä? Ähm. Weil ich Barbecue ja nur auf Stufe zwei habe. Was waren das da für komische Kratzspuren? Ich gehe mal gucken, ob Adam zu seinem Generator zurückgegangen ist. Also, eigentlich muss ich sagen, ist das Ruin-Totem jetzt nicht so versteckt? Ich muss sagen, Ruin rettet mir hier, glaube ich, wirklich die Runde. Hätten die Jens sonst durch, denke ich. Es bleibt mir auch anderes übrig, als jetzt einfach die Jens abzulaufen. Schön, dass ich ins Holz geguckt habe. Was ist der? Die Kratzspuren, die kommen mal irgendwie verzögert. Ja. Glück gehabt. Recht gehabt. Ich weiß gar nicht, sind hier unten. Gut, die Frage ist halt, ich versuche ihn mal draußen hinzuhängen. Ich möchte gern, dass er nochmal gerettet, wohl unten war ein Haken. Dass er nochmal gerettet wird, dass wir eventuell noch zwei Moris sehen. Ich weiß gar nicht, wo ist sie denn? Ich habe sie nicht gesehen. Eventuell war sie im Schrank oder sie war im Terrorradius oder ich bin einfach blind. Das kann es auch sein. Sie kann halt auch noch nicht nach der Luke suchen. Weil die gibt es noch nicht. Sehr gut. Gut. Oh. Hä? Hat sie hier nicht gerade... Da ist sie. Wir müssen uns merken, wo Adam liegt. Adam liegt drin. Ich weiß halt nicht, ob er irgendwo wegkriecht. Ah! Und da ich gemorrit habe, sehe ich das auch nicht. Wo er liegt. Wenn ich sie aufgehangen hätte, vielleicht hätte ich sie aufhängen sollen. Okay. Oh, nee. Nee, 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 nee. Mori. Und so. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Gut. Ah, eigentlich war das auch böse mit den Moris. Und die hatten eigentlich nicht wirklich eine Chance, da Ruin die ganze Zeit auch da war. Ich glaube, die Nea, die war nicht ganz so neu, weil die hat mich direkt geblendet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele nie mit Taschenlampe. Egal. Ich spiele das Spiel schon so lange, aber ich spiele nie mit Taschenlampe. Taschenlampe. Es, äh, ja. War wieder eine gute Runde. Oh Gott, das Match wegen mir hat eigentlich gepasst, vom Rang her. Ich war aber wieder richtig böse unterwegs mit Barbecue. Ruf der Krankenschwester, Nöt, Unruin. Und einem pinken Mori. Das heißt, ich konnte alle samt Morin. Was war die mit der Taschenlampe? Interessant. Gut. Eine Runde Bubba. Und zwar meine erste Runde Bubba. Aber ich finde das gerade ganz cool. Das letzte Mal habe ich die allererste Runde mit der Seuche gespielt und euch gezeigt. Jetzt die allererste Runde mit dem Bubba gespielt und euch gezeigt. Ich komme gerade wieder auf den Geschmack. Killer spielen macht tatsächlich Spaß. Und wenn ihr auch Spaß dran habt, Killerfolgen von mir zu sehen, dann lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich auf euer Feedback. Egal wie dieses Feedback aussehen mag, solange es konstruktiv ist, habe ich auch kein Problem mit Kritik. Ich sage aber jetzt an dieser Stelle, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch und bleibt gesund. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020